Läuft's schon? Hallo, ich bin der Martin und ich möchte auf diesem Weg hier eine Frau kennenlernen zum Heiraten. Wenn ich heirate, dann kriege ich ganz viel Geld, also erbisch praktisch. Ich bin vom Typ her, kann man sagen, mehr so männlich, erotisch und mag sehr gerne Tiere. Also jetzt nicht, also so einfach so, jetzt mag ich dich jetzt nicht als Partner, so als Freund. Also wenn Sie sich jetzt für mich richtig interessieren, also jetzt nicht nur für meinen Körper, sondern also für mich als ganzer Kerl, als zum Heiraten, dann bitte schreiben Sie mir unter dem Kennwort Martin in Love. War das erotisch genug?